Jetzt bin ich mit Helene Hegemann in Berlin verbunden. Frau Hegemann, einen schönen guten Abend. Hallo, hallo, guten Abend. Frau Hegemann, die Hauptfigur in Ihrem Roman Bungalow ist eine rotzfreche, aber auch sensible Teenagerin. Was hat Sie denn an dieser Figur interessiert? Ach so, rotzfrech finde ich die gar nicht. Sensibel dann doch eher. Was mich in erster Linie interessiert hat, ist, glaube ich, die Perspektive, aus der das erzählt wird. Das wird aus der Perspektive einer erwachsenen Mutter erzählt, die aus dem Grobsten raus ist und versucht, ihre verhältnismäßig harte Kindheit zu rekonstruieren. Und dabei driftet sie, obwohl sie ziemlich reflektiert zu sein scheint, immer wieder in den Slang eben dieser Kindheit ab. Das fand ich sprachlich schon mal nicht uninteressant. Und was die Figur ausmacht, sind, glaube ich, die Konstellationen und die Beziehungsweisen, die in dem Buch verhandelt werden. Sie wächst mit einer Mutter auf, die unter paranoider Schizophrenie leidet und das mit Alkohol kompensiert. So würde ich das diagnostizieren als Autorin. Und hat da also jemanden vor sich, der von einer Sekunde auf die andere sich von einem sehr netten Menschen zu einem potenziellen Axtmörder entwickeln könnte. Und das macht, glaube ich, den Mangel des Grundvertrauens aus, den die hat. Und das ist auch ein Mangel an Vertrauen ins System. Und darum geht es vielleicht in dem Buch. Wie viel hat denn diese Figur, diese Charlie, diese Teenagerin mit Ihnen zu tun? Auch Sie sind ja, das weiß man, unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen und in armen Verhältnissen, kann man sagen. Ja, ach, die hat ganz viel mit mir zu tun, aber auch ganz wenig, so wie es immer ist. Im Nachhinein kann man dann gar nicht mehr beurteilen, was die eigene Biografie ist und was nicht. Und man versucht ja, solche Dinge auch zu machen, um sich ein Stück weit von sich selbst zu befreien. Also, ja. Sie haben drei Romane bisher publiziert. In allen drei Romanen geht es um Teenager. Kritiker sprechen von einer Trilogie. Stimmt diese Einordnung? Und wenn ja, ist das Thema Jugend jetzt abgehakt für Sie? Ob das Thema Jugend abgehakt ist? Also, ob es eine Trilogie ist, kann ich selbst nicht so richtig beurteilen. Das können andere vielleicht besser. Und ob das Thema Jugend abgehakt ist? Ich werde mir jetzt nicht vornehmen, für die nächste Geschichte unbedingt einen 70-jährigen Koreaner zu porträtieren, nur damit ich bloß nicht mehr über eine junge Frau schreibe. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ein Mann Mitte 40, der immer über Männer Anfang 40 schreibt, wird man das nicht unbedingt fragen, oder? Also, ich glaube, der käme da anders mit durch. Das ist vielleicht auch nicht uninteressant. Seit Douglas Copeland seinen Roman Generation X geschrieben hat, erhält jede Generation eine Art Schlagwort. Ich glaube, für Ihre gilt es Generation Y, Y. Können Sie mit solchen Schlagwörtern was anfangen? Ist es wirklich Y? Es ist Generation Y, ne? Ich weiß nicht genau. Ein bisschen was anfangen kann ich schon damit, ja. Wie würden Sie denn Ihre Generation kennzeichnen? Beschreiben? Ich glaube, ich kenne mich mit meiner eigenen Generation ein bisschen zu wenig aus, um mich da jetzt anmaßen zu können oder zu weit aus dem Fenster dehnen zu können und das zu beurteilen. Weiß ich nicht genau. Ich glaube, ein bisschen netter als die Generation davor. So ein kleines bisschen netter sind wir. Auf einer Seite in dem Buch sagt Charlie, die Hauptfigur, und mich durchströmt eine Wut, die bis heute nicht verflogen, sondern zu einem unwiderrufbaren Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Das weiß ich schon. Die Figuren sind nicht sie und umgekehrt. Aber ist Wut auch ein Antrieb Ihres Schreibens? Wut genauso wie jede andere Emotion, glaube ich, ja. Der Sound ist nämlich sehr rough und krass, wie in allen Ihren Büchern. Ist das als Realismus zu lesen oder ist das einfach ein Stilmittel der Übertreibung, das man braucht, um heute gehört zu werden? Ich selbst empfinde es ja gar nicht als so krass, ehrlich gesagt. Ich habe auch versucht, in dem Fall mich mal ein bisschen zurückzuhalten, weil ich das Gefühl hatte, dass die Geschichte, die ja krass genug ist, so eine gewisse Simplizität irgendwie erfordert. Aber das ist eventuell auch einfach mein Stil. Gibt es etwas, was Sie sagen können, was Sie mit dem Buch wollten, was Sie erreichen wollen? Was war das Ziel? Es gab kein Ziel. Hingesetzt und geschrieben. Was hat Sie animiert? Warum? Erstens ist es mein Beruf und zweitens bin ich immer interessiert am Verlauf einer Geschichte. Und dann schreibt man die zu Ende oder nicht, ja. Sind Sie Schnellschreiberin oder tüfteln Sie? Ich schreibe schnell, aber brauche dafür sehr lange. Also ich schreibe nicht durchgehend. Ich habe immer lange Pausen. Aber wenn ich schreibe, dann sehr, sehr schnell, ja. Es wirkt nämlich so ein bisschen atemlos oder so getrieben fast, diese Sprache. Ihre drei Romane sind sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Was wünschen Sie sich denn für dieses Buch, für Bungalow? Wie es aufgenommen wird? Ja, oder was es vielleicht bewirkt? Was es bewirkt? Ich glaube, groß was bewirken kann ein Buch gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich wünsche mir, dass die Leute, die es kaufen, es unbefangen und mit Freude lesen. Wunderbar. Frau Hegemann, herzlichen Dank. Schönen Abend nach Berlin. Ihnen auch, ja. Tschüss.